Gibt es eine Erklärung schon für die unglückliche Situation? Ich denke, dass es für mich ein kurzer Moment war, wo ich mich wirklich darüber sehr gefreut habe, reinzukommen. Aber es war leider nur ein kurzer Moment gewesen und am Ende war es für mich ein Albtraum. Und dass das Ding mir aus dem Kopf ausgerutscht ist, damit hätte ich nicht gerechnet gehabt. Aber leider bin ich heute der Pechvogel im Fußball. Und ich kann mich nur, wie auch schon oft erwähnt, an allen marokkanischen Fans entschuldigen für das heutige Spiel. Und ich hätte mir, glaube ich, eher verdient, das Tor in die Führung zu machen als ein Eigentor. Weil ich wirklich denke, dass ich auch in den letzten Monaten... Ich denke, dass ich nicht so oft bin, sondern ich bin relativ gut. Ich denke, dass ich nicht so oft bin, dass ich mich von dir nicht fühle